Willkommen bei einer neuen Folge Phasmophobia. Wir haben immer noch diese lustigen Masken. Und zusammen mit JD und Paduka bin ich wieder auf der Suche nach dem Paranormalen. So, auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Phasmophobia. Mal schauen, ob wir überleben oder auch nicht. Und jetzt gebe ich das Wort an JD. Auch. Von meiner Seite ein herzliches Hallo. Und ja, wir wollen überleben und nicht sterbe. Wir müssen den Geist dazu bringen, dass er die Kerze ausbläst. Okay, Kurzfix müssen wir ausrüsten. Die Geist hat einen Kurzfix haben sich heimzusuchen und wieder ein Foto. Hallo. Und die Patricia Taylor geht auf Einzelpersonen und auf Gruppen. Ja. Und Happy Birthday an den kommenden Geist. Hallo. Auch von mir alles Gute zum Geburtstag. Gute Tag. Gute Tag. Gute Tag. Gute Tag. Oder muss man sagen, äh, Gesterzeltag? Was mach ich denn? Ich wollte keine Kamera... Gute Frage. Ich hab außer Sinn eine Kamera geholt, aber ich wollte eigentlich Thermometer haben. Ja. Macht das nichts. Alles gut. Deswegen hab ich die Kamera schnell wieder hingeworfen. Ich geh in den oberen Stock. Hier oben ist eine Tür auf. Oh mein Gott, geht da. Okay, komm mal hoch. Ich komm mal hoch. Ja, die Tür war auf. Ich bin verwehrt. Die Tür hier war auf. Kannst du dich zeigen? Hä? Bist du hier? Ähm. Was ist das? Was ist was? Kann man jetzt nicht mehr hier hin und dran, oder was? Nee, sieht nicht so aus. Das ist ja Beschiss. Das ist ja bescheißen. Scheißer bescheißen. Oh, Telefon. Telefon. Hä? Geh mal einen ran. Das ist bestimmt für dich. Ja, bitte. K. Gustav, hey, der ist nicht da. Tschüss. Und hey. Bist du hier? Jetzt will ich zeigen. Ähm. Ähm. Oh. Hier liegt ein Knochen. Ist der von Knochen? Von wem ist der? Der Knochen. Ist der von Jochen? Ja. Ähm. Bist du. Ach da. Okay, ähm. Jetzt habe ich keinen Fotoknips dabei. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Guten Tag. Warte, stand. Ich würde gern meinen Weecher. Ich würde gern meinen Weecher. Weecher fragen. Wie hat er sich verwählt? Hat Telefon verwählt? Das ist aber blöd, wenn er sich verwählt hat. Wird das wieder angehen, ne? Ich glaube nicht, oder? Ich bin hier noch nicht klein. Nee, funktioniert nicht mehr. Schade. Bist du hier? Haha. Oh Mann. Da ist ja gar nichts los. Ja, sehr schwierig, ne? Kein EMF, keine Geisterbox. Ja, das ist äh... Kein Weecher-Po-Peecher für die Mami. Oh Mann. Ach, hier weich gleich noch. Bist du hier? Kein Nacht. Pst. Wo bist du? Ich schreibe was ins Buch. Oh no no no. Ich bin tot. Scheiße. Wo bist du? Mann. Ich wollte doch Obst gucken. Verkackte Kacke, Mann. Bist du hier? Shit, jetzt muss ich wirklich in der Nähe von den Zweien bleiben, damit ich... Schreibe was ins Buch. Damit ich ansatzweise irgendwas erfahre an, 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 äh... An, ähm... Beweisen. Mann. Schreibe ins Buch, du böse Töterin. Die ist ja unten. Was? Also die ist ja nicht... Ui. Blöde, blöde Kuh. Ah, lalala. Okay, ich lauf dann halt mal. Händere gegen, komm. Wo rufst du denn, du Anruf? Komische Alte. Ich hab mir vorerst selber, äh, die Cam installiert und da ist der Buch, ja. Hallo? Ich wollte nicht sterben. Schreib doch ins Buch. Schöner. So, wo ist die Kamera? Ich liege mit meinem dicken Kopo drauf. Ach so, hier. Okay. Oh nein! Nein! Torch. Sehr nett. ich freue mich okay toter körper funktioniert was denn oh nein die jagt schon wieder das wird der nullrunde bestimmt hörst du auf nix da nein gibt nix wo rennt denn die hin nein rennt die immer um den tisch äh jetzt rennst du wieder hoch verschwinde erzähl dich ok ist weg oh mein gott bist du hier siehst du die jetzt gerade nicht ich bin verwirrt ist das wieder weg ja ich glaube bist du hier sie kommt gleich wieder pass auf ja die tür ist wieder zu oh man hallo hey okay padoka hat die aufgemacht die ist nicht zugegangen padoka hat die aufgemacht ja dann geht's ja habe sie wenn ja ich glaube nicht das glaube hmm würde ich auch sagen geisterbox und orb habe ich schon reingetragen geisterbox und orb ok jetzt muss nur noch ein paar duker verklickern die 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 Kaduka? Komm Komm Hallo Uh Okay So, dann hüpfe ich in den Truck und fahre nach Hause Gute Idee Dort macht er dann eine Pause Ja, wird er machen Wenn's falsch ist Dürft er mich hauen Nee, ist egal Wenn's falsch ist, ist egal Denn, äh, ja Ich würde das noch 30 Jahre dauern Bis man da was findet Weil die rückt ja mit den blöden Beweisen nicht raus Haduka, eingetragen Abfahrt Okay Er fährt schon freiwillig Seid ihr alle drin im LKW, oder? Ich rede von aus, ihr seid drin Ja 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 Ja, Mann Okay, ab nach Hause Tür zu Ja, Mann, ja, Mann Okay, es war ein Jurei Toll, ein Jurei Nun ja Das war Das war wohl nix Das war wohl nix Das war ein Satz mit X Aber er ist nicht schlimm Die nächsten Folgen Hoffentlich werden wir nicht sterben Und den Abendbad Dürke alleine lassen Hoffen wir auch Und wenn wir wieder raten müssten, hoffentlich raten wir dann richtig In diesem Sinne Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß Und bis zur nächsten Folge Ciao Ciao Von mir auch Ciao, ciao